Alles gut. Lass los. Komm zurück. Schon gut. Dir geht's gut. Tut mir leid. Ich weiß nicht, was das war. Das passiert allen. Mach dir keine Sorgen. Das passiert allen? Nicht das mit dem Wolf, aber die Angst vor der Zukunft. Das ist nicht meine Zukunft. Da stetig diene Odin und mein Vater stirbt. Das kann nicht sein. Hey, genau so wird alles ausgehen. Und je eher du das annimmst, desto besser. Scheiße, das war gemein. Hey. Vergiss das jetzt erst mal. Vergiss die Zukunft. Vergiss Loki. Du bist eine Riese. Und du erhältst gerade eindeutig Kräfte, die du noch nicht verstehst. Gehen wir ein Stück. Du kannst mir helfen und ich bring dir was bei. Weißt du? Riesendinger. Na komm. Oh, mein Gott. Loki, bitte hilf mir damit. Was ist das? Hier, folge mir. Wo gehen wir hin? Wir holen uns was zu essen, pflanzen Samen. Mein Alltag. Aber erst lernst du jemanden kennen. Luki, das ist Yadna. Hallo Yadna. Äh, ist mir eine Freude. Oh wow, sie ist echt groß. Komm hier hoch. Braves Mädchen. Ganga.